Jesus, ich danke dir für den Lobpreis, ich danke dir für die Anbetung. Ich danke dir, Vater, dass du wirklich gut bist, dass du unser Vater bist, dass du uns liebst. Danke, Jesus, dass du dich nach uns ausstreckst, dass du uns zuerst gesucht hast, zuerst geliebt hast. Danke, Herr, dass wir dich ein Stück zurücklieben dürfen. Ich möchte dich für bitten, auch jetzt für die Zeit, für die Botschaft, dass du, Heiliger Geist, sprichst, dass du, Heiliger Geist, Herzen öffnest. Ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft einfach auch Festungen zerstört, die Botschaft Lügen aufdeckt und dass wir wirklich in deine Wahrheit kommen. Bitte dich, dass du hilfst, dass wir das nicht vergessen, sondern dass es ein Teil wird unseres Lebens, dass du uns hilfst, es einzusetzen und es umzusetzen. Und alles, was das verhindern möchte, das binde ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte am Anfang mit einer Bibelstelle beginnen. Johannes 10, Vers 10, eine ganz bekannte Stelle, da spricht Jesus davon, dass er der gute Hirte ist. Dass er derjenige ist, der durch die Türe in den Stall geht, die Schafe vorfindet und dann sagt er den Schafen, kommt, folgt mir nach. Und die Schafe hören seine Stimme und die folgen ihm nach und er führt sie zu frischem Wasser. Und gleichzeitig sagt Jesus, ich bin eine gute Hirte, aber passt auf, da gibt es auch Leute, die sind keine guten Hirten. Die sind in Wirklichkeit Diebe. Die kommen auch nicht durch die Türe durch, die kommen am besten durchs Fenster oder über die Mauer. Und die sind ganz fies, weil die sind gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und nicht nur irgendein Leben, sondern Leben in vollem Genüge. Es ist immer wieder so, dass der Teufel Menschen missbraucht, dass sie ihm helfen, dass sie stehlen, dass sie plündern, dass sie zerstören. Wie gesagt, in der nächsten Stelle unten Johannes 8, 44, der Teufel war von Anfang an ein Mörder. Ja, jemand, der umbringt und der nicht in der Wahrheit ist. Er ist der Vater der Lüge. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh, ja, irgendwie kann ich damit sogar gar nichts anfangen. Das ist so weit weg, so ungreifbar. Aber ich möchte euch ein bisschen zeigen, dass wir sehr viel damit zu tun haben. Denn diese Diebe, von denen da gesprochen ist, die klauen nicht nur materielle Sachen, sondern die klauen auch geistliche Sachen. Die klauen Dinge, die Jesus uns eigentlich anvertraut hat. Dinge, die es die Gemeinde anvertraut hat. Und der Teufel hat es sich irgendwie zum Ziel gesetzt, dass das, was uns Gott gegeben hat und wo er sagt, das braucht ihn, das ist gut, irgendwie zu klauen. Uns irgendwie wieder wegzunehmen, dass uns die guten Sachen, die Gott uns eigentlich geben möchte, nicht mehr da sind. Ich mache euch mal ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Ein sehr brutales Beispiel. Damals, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Jünger die Aufgabe hatten, sie umgehen, um weiterzugeben, war ihnen klar, irgendwann werden sie auch sterben. Und deshalb haben sie dies alles aufgeschrieben. Ja, haben Briefe aufgeschrieben, haben Geschichten von Jesus aufgeschrieben. Und der Heilige Geist war dabei und er hat ihnen eine ganz clevere Idee gegeben, nämlich die Idee des Neuen Testaments in Koine Griechisch aufzuschreiben. Koine war eine Sprache, die hat Alexander der Kose eingeführt, weil er damals eine ganze Menge erobert hat. Und ihm war bewusst, wenn er seine ganzen Länder, die er erobert hat, irgendwie verwalten möchte, dann muss es eine Sprache geben, die so gut wir alle sprechen. Also quasi so ähnlich wie unser heutiges Englisch. Und die Jünger haben das gecheckt und haben gedacht, wenn wir clever sind, dann schreiben wir doch die Bibel in einer Sprache, die so gut wir alle sprechen. Also Koine Griechisch. Passt voll und ganz, ja. Weil Jesus hat auf dem Herzen des so viele wie möglich sein Wort lesen, seine Botschaft bekommen. Jesus war auch einer, der total eigentlich eine Revolution gestartet hat, eine Reformation gestartet hat, als er gesagt hat, hey Leute, wenn ihr zu mir gehört, dann seid ihr alle Priester. Ihr seid alle Priester, denn ihr seid eine Nation, ein Königtum von heiligen Priestern. Stellt euch das mal vor, hat alles auf den Kopf gestellt. Früher gab es immer die Besonderen, die besonders Geschulten, die besonders Gelehrten, die viel Zeit investiert haben, damit sie Priester genannt werden durften. Und Jesus sagt, hey, oder Paulus hat es geschrieben, ja, es kommt natürlich von Gott. Ihr seid alle Priester. Und das war die totale Revolution, totale Reformation, dass Paulus sowas geschrieben hat, dass Gott sowas gesagt hat. Und das war eine Sache, die war den ersten Christen bewusst. Und dann, drittes, viertes Jahrhundert, kommt der Dieb und er stiehlt. Dann kommt jemand auf die Idee und sagt, ab jetzt darf die Bibel nur noch in Lateinisch übersetzt werden. Sie darf auch nur noch in Lateinisch gelesen werden. Noch mehr, wenn wir Lieder singen, in Lateinisch. Wenn wir beten, in Lateinisch. Das Problem war, dass das normale, einfache Volk kein Lateinisch konnte. Das heißt, du bist also, das normale Volk ist also in die Kirche gegangen und sie bekam aus einem Buch vorgelesen, der Bibel, in Lateinisch und sie verstanden es nicht. Dann wurden Lieder gesungen, in Lateinisch, sie verstanden es nicht. Und dann wurde noch gebetet, in Lateinisch, und sie verstanden es nicht. Hat man noch getoppt, dann sagte man so, ja, wenn das normale Volk jetzt diese Lieder singt, die sind so heilig, die machen es kaputt. Neues Diskret für das Jahrhundert. Ab jetzt nur noch die Priester und der Klerus darf singen. Die Gemeinde hört zu. Ach, noch eine Idee. Und Instrumente, ach, die sind so beschmutzt. Die verbieten wir komplett. Keine Instrumente mehr in der Kirche. Wenn du also eine Gabe bekommen hast von Gott, ein Instrument zu spielen, kannst du es nicht mehr in der Kirche machen. Du musstest also das irgendwo außerhalb der Kirche spielen. Innerhalb von ein paar Jahrhunderten hat der Teufel es geschafft, eine Strategie zu entwickeln, um grundlegende Sachen zu klauen. Und das, was Jesus wollte, dass die Leute nahe zum Vater kommen, seine Botschaft hören, einfach wegzunehmen. Und eine Distanz, die zu schaffen zwischen Mensch und Gott. Gott war wieder entfernt. Was ist das für ein Gott, der man im Latein nicht ansprechen darf? Und dann weiß man auch die ganze Zeit gar nicht, was die Priester da eigentlich reden, was die eigentlich sagen, was die eigentlich beten. Merkt ihr das? Das ist total brutal. Und wisst ihr, in solchen Zeiten, wo der Teufel uns was geklaut hat, dann braucht es spezielle Menschen. Menschen, die keine Lust mehr haben, in diesem System einfach zu überleben. Die sagen, nein, so kann das nicht sein. Da muss es doch mehr geben. Und die anfangen zu überlegen, was gibt es denn da mehr, die vielleicht, war damals schwierig, aber die vielleicht die Bibel aufschlagen oder irgendwie eine Möglichkeit bekommen, damals zu gucken, was steht denn da eigentlich drin. Wie haben denn die ersten Christen gelebt? Was hat Gott eigentlich gesagt? Und passt es zu dem, was wir heute leben? Die begreifen und kapieren, wir sind bestohlen worden. Luther, der war so einer. Der hat gesagt, hey, das kann nicht sein. Was hier passiert in dieser Kirche, kann nicht sein. Das sind Umstände und Zustände, die hat Gott niemals gewollt. Und er war bereit aufzustehen und zu sagen, Leute, das Wort Gottes muss zum Volk zurück. Ich übersetze es in Deutsch. Damals stand die Todesstrafe darauf, wenn man eine Bibel in eine andere Sprache übersetzt hat. Es braucht also in Zeiten mutige Leute, die sagen, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, bereit aufzustehen, um das zurückzubekommen, was der Teufel uns geklaut hat. Und das Interessante ist, ihr werdet es merken, wenn ihr in die Kirchengeschichte schaut, wenn eine Strategie des Teufels nicht funktioniert hat, dann kommt die nächste. Er macht es immer wieder, aber er entwickelt immer wieder neue Strategien. Das heißt, es braucht immer wieder Leute, die genau hinschauen und sagen, ist es das, was wir leben? Ist es das, was Gott uns gegeben hat? Oder sind wir bestohlen worden? Gibt es da Dinge, die uns fehlen und die total wichtig sind? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, es wird Zeit, dass diese Leute wieder aufstehen und sagen, wir wollen ihn nicht zurückerobern. Und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, wo ich glaube, Gemeinde, wie es sind, bestohlen wurden. Man hat uns was geklaut, was total grundlegend ist und was Teil unserer Nachfolge sein sollte, was Teil unseres Lebens sein sollte, aber was es nicht mehr ist. Und dieses Thema heute lautet Fasten. Ich predige heute über das Thema Fasten, weil ich glaube, dass es ein total grundlegendes Thema ist, was die Jünger damals, die ersten Christen in der Bibel, total selbstverständlich war. Keiner hätte damals wahrscheinlich wieder auf die Idee gekommen, dass es irgendwann mal eine Zeit gibt, wo man nicht mehr fastet. Und ich glaube, die hätten uns ausgelacht, weil das für die damals absoluter Standard war. Aber bevor ich mit euch in die Bibel schaue, möchte ich mal in die Geschichte schauen. Eine erste lustige, interessante Sache ist, ich habe in einem Buch gelesen, das Historiker herausgefunden haben, dass die frühe Kirche zweimal in der Woche gefastet hat. Immer mittwochs und freitags. Also für die frühe Kirche war das sogar im Kalender drin, ja, Mittwoch, Freitag, Fasten. Ich habe so Schriften von den Christen, kurz nach, ja, nachdem die Bibel entstanden ist, so 100 nach Christus, 200 nach Christus. Und da gibt es so Briefe, die noch vorhanden sind. Und da steht drin, dass, wenn sie sich zum Beispiel damals taufen lassen haben, war es absoluter Standard, dass der Täufer wie die Täuflinge gefastet haben. Völlig normal. Ich gehe mal ein bisschen weiter in die Geschichte. John Wesley. Ich mag ihn sehr, weil er die Methodistische Kirche gegründet hat und da habe ich auch meine Wurzeln. Und das war ein totaler Erweckungsprediger. Ich glaube so 18. bis 19. Jahrhundert. Und er hat gesagt, ich werde keinen für den geistlichen Dienst ordinieren, also einsetzen, wenn er nicht mindestens, also wenn er sich nicht verpflichtet, zweimal in der Woche zu fasten. Ich werde keinen in den geistlichen Dienst einsetzen, wenn er nicht zweimal in der Woche fastet. War für die Leute damals irgendwie total normal. Nächster, Charles Finney, einer der wohl größten Evangelisten in der Geschichte Amerikas, hat folgendes geschrieben, ein Zitat für euch, lese ich euch vor. Ach so, kannst du das machen gerade? Er hat geschrieben, ich wollte auch in einem Zustand der großen Unzufriedenheit oder große Unzufriedenheit mit meinem eigenen Mangel an Stabilität in Glauben und Liebe geführt. Oft fühle ich mich schwach angesichts von Versuchungen und musste häufig fasten und Gebetstage halten und viel Zeit investieren, um mein eigenes religiöses Leben wieder in Ordnung zu bringen. Um diese Gemeinschaft mit Gott zu erhalten und die göttliche Wahrheit zu begreifen, was mir ein wirkungsvolles Füttern von religiöser Erweckung möglich machte. Also mich ermutigt das, dass so ein großer Evangelist auch Anfechtungen hatte, auch Schwierigkeiten hatte und auch kämpfen musste, dass sein geistiges Leben in Ordnung kommt. Und seine Waffe war beten und fasten. Und jetzt möchte ich euch noch ein interessantes Zitat vorlesen, was ein bisschen aufzeigt, dass auch in unseren ganz normalen Weltgeschichte, Weltgeschehen Fasten eine Rolle gespielt hat, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Lese ich euch mal vor. In der gesamten Menschheitsgeschichte wurde immer wieder für nationale Rettung gefastet. Die politischen Führer Englands riefen in Krisenzeiten nationale Gebets- und Fastentage aus. Im Jahre 1588 fastete die Nation, als die spanische Armada England mit Invasion drohte. Später fasteten und beteten sie um Gottes Hilfe, als Napoleon einen Einmarsch vorbereitete. Während des Zweiten Weltkriegs rief George VI. wieder einen Gebet zum Fastentag aus, als die Luftschlacht um England tobte und bat Gott, eine Invasion der Nazis abzuhalten. In allen Fällen bewahrte Gott Englands vor dem Drohnen Desaster. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine ganze Nation, ein ganzes Land wird von seinem König oder von seinem Präsidenten aufgerufen zu fasten. Das ist doch der Hammer. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie erlebt. Ja, ich habe das noch nicht erlebt. Und ich muss auch sagen, in meiner Zeit auf der Bibelschule gab es kein Seminar mit dem Thema Fasten. Und da merke ich eine Sache. Wenn es in der Bibel so wichtig war, wenn es in den ersten Kirchenfedern so wichtig war, wenn selbst in unserer Geschichte Präsidenten aufgerufen haben, um zu fasten, und ich in meinem Studium nichts davon gehört habe, auch ich in der Methodistischen Kirche, wo ich dann noch war, keine Predigt zum Fasten gehört habe, obwohl John Wesley diese Kirche gegründet hat. Dann komme ich auf eine Schlussfolgerung. Gemeinde, wir sind bestohlen worden. Ja, und ich glaube, es wird Zeit, die Sache zu ändern. Und ganz neu zu sagen, Gott, warum sollten wir fasten? Was ist Fasten? Was steckt dahinter? Wenn es die Leute damals gemacht haben und so viel bewegen konnten, wenn es die Leute in der Bibel gemacht haben, dann wird es doch Zeit, dass wir es auch machen. Oder meint ihr, dass unsere Zeit es nicht braucht? Ich glaube, gerade in der Endzeit, ja, gerade in dieser Zeit, wo so viel passiert, brauchen wir wieder die Waffen Gottes. Brauchen wir ein Verständnis von dem, wo Gott gesagt hat, das ist mir wichtig. Und ich möchte euch jetzt ein paar Punkte zeigen aus der Bibel, wozu wir fasten sollten. Punkt eins gefällt keinem. Der erste Punkt ist, wir sollten fasten, weil das zuallererst, was mit Demut zu tun hat und was mit Demütigung zu tun hat. Ich kann den Test machen, wenn ich jetzt sagen würde, Freunde, wer hat Spaß daran, drei Tage auf Essen zu verzichten? Bitte melden. Ganz ehrlich, mir geht es genauso. Fasten macht überhaupt keinen Spaß. Fasten macht überhaupt keinen Spaß. Also ich persönlich, ich esse total gern. Ich esse super gern. Und weil ich so gern esse, macht mir Fasten noch weniger Spaß. Und was ich rausbekommen habe, es ist ja nicht nur so, dass ich auf Essen verzichte und mein Bauch ein bisschen dünner wird, sondern es ist auch so, dass Essen noch viel mehr für mich ist. Essen ist für mich zum Beispiel Gemeinschaft. Wenn ich nicht esse, habe ich weniger Gemeinschaft. Und meistens bei mir auch so, dass ich mich irgendwie mit Essen belohne. Ich hatte einen schwierigen Arbeitstag, ich gehe nach Hause, ich koche mir was total Schönes, schalte voll ab, genieße. Oder ich bin irgendwie am Einkaufen, muss ich in den Dönerstand, oh, und esse so einen leckeren Döner irgendwie. Oder, keine Ahnung, kennt ihr auch, ihr habt irgendwie gerade so eine Depri-Phase und nehmt euch eine Schokolade und dann isst ihr das Schokolade. Das macht einfach glücklich. Ganz ehrlich, zu fasten ist eine total harte Sache. Aber ich glaube, wir könnten jetzt sagen, also es gibt ja viele, genau, es gibt ja viele Regeln, die Menschen so aufstellen oder religiöse Regeln, wo ich sagen würde, Leute, vergesst es. Freiheit! Aber im Fasten wird mir eine Sache bewusst. Das ist keine religiöse Regel oder eine menschengemachte Regel. Das ist eine Sache, wo Gott sagt, hey, das habe ich aufgestellt. Das ist ein Prinzip von meinem Königreich. Und ich glaube, das Prinzip, was dahinter steht, ist, dass Gott an vielen Stellen sagt, Leute, wenn ihr was wollt, dann zeigt mir, dass ihr es ernst meint. Wenn ihr mein Herz bewegen wollt, dann zeigt mir, dass ihr es ernst meint und dass ihr bereit seid, den Preis zu bezahlen. Selbst wenn es um Essen geht und nicht zu essen, ist ein Preis. Und ich werde euch noch zeigen, dass Gott, wenn Leute fasten, dass es immer Gottes Herz bewegt und dass Gott das volle Kanne ernst nimmt, weil wir ihm damit zeigen, die Sache ist mir wirklich ernst und ich sage es nicht einfach nur so. Ich möchte euch mal zwei Bibelstellen zeigen. Die erste kennt ihr, 2. Chronik 7, 13, da steht, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschröcken das Land fressen oder eine Pest unter meinem Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, also sich beugt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel herhören, ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ein geistiges Prinzip vom Königreich Gottes, wenn ihr euch demütigt und es ernst meint, dann werde ich euch hören, dann werde ich reagieren und ich werde Heilung senden. Matthäus 5, 6, auch nur drei schöne Stellen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn ich faste, dann sage ich eine Sache, ich verzichte auf Essen, weil ich mehr Hunger und mehr Durst nach dir habe, Gott. Ich möchte dir zeigen, dass der Durst und Hunger nach dir größer ist als nach Essen. Ich möchte dir zeigen, dass der Hunger und Durst, dass du diese Sache bewegst, dass du diesen heilst und dass du da eingreifst, dass die Situation verändert, größer ist als mein Wunsch zu essen. Und Gott lässt sich davon beeindrucken. Fasten ist demütigend, weil man auch nicht so gut drauf ist wie sonst, sage ich auch so, weil man schneller vielleicht aus der Haut fährt, schneller nicht mehr so entspannt ist, weil vielleicht auch das, was man gut zurückhalten kann, wenn man schön ernährt ist, nicht mehr so schnell zurückhalten kann und noch einiges offenbar wird, was vielleicht Gott auch noch verändern will. Also Fasten ist in allen Beziehungen, Bereichen demütigend. Aber das Prinzip im Reich Gottes ist, wenn ihr euch demütigt, werde ich Gott reagieren. Zweiter Punkt. Ein sehr schöner Punkt. Zu Fasten heißt, geistliche Kraft oder Autorität zu bekommen. Paradebeispiel. Wie begann Jesus sein Dienst? Er ließ sich taufen. Gott sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Der heilige Geist kam auf ihn und dann ging er los, fing an zu würgen, tat Wunder und berief die Jünger. Richtig? Falsch, genau. Also nachdem Gott ihm seine Identität bestärkt hat, ging es in die Wüste und er fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Also ich würde mal sagen, wenn Jesus es nötig hatte zu fasten, dann würde ich mal die Annahme aussprechen, dass wir es vielleicht auch nötig hätten. Oder eine andere Sache. Jesus sagt, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Das heißt, Jesus ist unser Vorbild. Wenn also Jesus gefastet hat, um geistliche Power zu haben, dann sollten wir das auch tun. Und nachdem er gefastet hat, dann berief er es die Jünger. Dann tat er die Wunder. Dann lehrte er. Dann predigte er. Ach so, es gibt eine weitere Bibelstunde. Machen wir mal genau. Und das Nächste schon. Matthäus 11, 18 steht drin, Johannes, da geht es um Johannes des Täufers, ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Johannes, der Täufer, war ein Faster. Ein Fastenmensch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund seiner Autorität. Wenn wir mal zu den Aposteln schauen, da schreiben die, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In vier standhaften Aussagen, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Mektet das? Für die Apostel war das auch nicht so einfach. Die sagen, hey, für euch, für Gott, sind wir bereit, ins Gefängnis zu gehen, uns schlagen zu lassen, uns demütigen zu lassen, uns selbst sogar zu fasten. Also wisst ihr, für die Apostel war Fasten auch ein Preis. Aber sie haben es gemacht, weil sie wussten, dass es sich lohnt, weil es Gott ihnen gesagt hat und weil sie wussten, wir brauchen geistliche Kraft. Und Gott hat eine Verbindung gesetzt zwischen Gebet und Fasten und geistlicher Kraft. Okay, nächster Punkt. Wir fasten, weil wir Gottes Führung erbitten und für Leidenschaft. Das, liebe Gemeinde, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Bezug auf unsere Situation mit der Ältestenwahl. Ich lese euch mal zwei Bibelstellen vor. Erste Bibelstelle. Apostelküche 13, Vers 1 bis 2. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simon, Saulus, der später Paulus hieß, als sie den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und lesen sie ziehen. Eine wundervolle Bibelstelle. Zuerst einmal, ich weiß nicht, es gab mindestens drei, vielleicht waren es auch noch mehr, Leute, die waren Propheten, die waren Lehrer und die haben sich überlegt, wen von diesen Leuten, sind alle gut, schicken wir jetzt in die Mission. Was haben sie gemacht, um ihre Antwort zu bekommen? Sie haben gebetet und gefastet. Was macht der Heilige Geist? Er spricht und sagt, hey, Barnabas, Paulus, Paulus sind zwei gute Sachen. Und jetzt könnte man denken, ist die Sache ja geklärt, oder? Und was machen sie jetzt? Bevor sie sie gehen lassen, wieder hinsetzen, wieder nichts essen, wieder beten. Und dann erst gehen sie hin, legen ihnen die Hände auf, segnen sie und schicken sie weg. Merkt ihr was? Fasten hat was mit geistlicher Kraft und Autorität zu tun. Bevor sie diese Leiter gehen lassen haben, bevor sie die Missionare gehen lassen haben, haben sie gebetet und gefast und dann haben sie sich erst ausgesandt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was man in der Apostelgeschichte immer wieder findet. Apostelgeschichte 14, 23. Da geht es wieder um Barnabas und den Paulus. Sie sind dann rumgereist, haben Gemeinden gegründet und dann kommt die folgende Bibelstelle. Als sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie, glaube ich, geworden waren. Also was haben die gemacht? Die sind rumgegangen, haben gepredigt, haben Gemeinden gegründet. Es war eine Gemeinde gegründet und haben sie die Ältesten gewählt. Und dann haben sie gebetet und gefastet. Wenn wir das als Beispiel nehmen, dann würde es bedeuten, dass wir vor der nächsten Leitungswahl für unsere Ältesten fasten und beten oder danach und für sie beten und fasten und sie dann segnen. Das war für die Apostel ganz normal. Wenn es um Leidenschaft geht, wenn es um Ältesten geht, braucht es Gebet und Fasten, weil die haben einen Dienst zu tun, und die brauchen Kraft. Wie ist jetzt man kraftfrei? Beten und Fasten. Okay, nächster Punkt. Wir beten und fasten, weil wir wollen, dass Gottes Verheißungen erfüllt werden. Da kannst du mal eins weitermachen. Da geht es um Daniel. Jeremia hat vorausgesagt, wenn das Volk Gottes in babylonische Gefangenschaft gerät, bleiben die 70 Jahre. Daniel entdeckt die Stelle und denkt so, ach, die 70 Jahre sind ja fast dumm. Und was macht er? Er betet und fast ist und sagt, Gott, ich erinnere dich nur mal dran, du sagst, 70 Jahre, die sind fast rum, du bist dran und Gott nimmt ihn ernst. Genau. Also, wenn auf deinem Leben eine Verheißung liegt, wenn auf einer Stadt eine Verheißung liegt, wenn auf einem Land eine Verheißung liegt und wir wollen, dass diese Verheißung zum Durchbruch kommt, was sollen wir also tun? Beten und fasten. Okay, nächster Punkt. Genau. Wir fasten, um eine Krise abzuwehren oder um Schutz. Okay, Jona ist das Paradebeispiel. Gott schickt Jona nach Niniveh. Jona denkt, Gott wird diese Stadt vernichten. Wir sind so schlecht. Was macht diese Stadt? Sie beten und fasten. Was macht Gott? Ich reagiere, werde die Stadt nicht vernichten. Jona ist traurig. Mose. Das goldene Kalb wird aufgebaut. Das Volk betet das goldene Kalb an. Mose. Gott will das Volk vernichten. Mose sagt, Stopp! Mir ist es so ernst mit dem Volk. Ich faste und bete 40 Tage lang. Und Gott lässt ab. Im einen Testament ist es immer wieder das gleiche Ding. Das Volk baut richtig Mist. Und Gott ist erzürnt. Das Volk demütigt sich und fastet und Gott sagt, okay. Das ist total auffällig. Fasten und Gebet bewegt Gott das Herz total. Und jetzt kommt eine krasse Stelle. Das ist 1. Könige 21, 25 bis 29. Da geht es um einen total grausamen, schlechten König, der wirklich total übel war. Und da steht Folgendes. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, zu tun, was dem Herrn missfiel wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Und er versündete sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandelte, ganz wie die Amoriter getan hatten, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte den Sack an um sein Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Aber zu seiner Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. Ich finde es eine ganz besondere Bibelstelle, weil dieser König wirklich schlecht war. Das heißt, es ist möglich, dass ein ganz, ganz schlechter Mensch, der alles getan hat, was Gott total daneben war, dass wenn er fastet, und er sich demütigt, Gott sagt, du hättest verdient, völlig zu nicht vernichtet zu werden, aber dein Gebet und dein Fasten bewegt mich. Ich verschiebe das Ganze. Da sehe ich, wie viel Power und wie viel Kraft Fasten hat und wie ernst Gott diese ganze Geschichte nimmt. Okay, Schutz haben wir in die ganze Menge, die Esther zum Beispiel, die sich für Erfolg eingesetzt hat, dass das Volk nicht zu Schatten gekommen ist. Und da könnt ihr, ach, da findet ihr in der Bibel noch eine ganze, ganze Menge. Ich mache mal weiter. Das nächste ist, für Einblicke in Gottes Plänen. Da habe ich mal Daniel als Beispiel genommen. Das ist eine Bibelstelle, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber lest in Daniel nach. Die bekannteste Stelle, wo Daniel Gott eine Frage stellt, da geht es darum, wie geht es mit dem Volk Israel weiter und er fastet 21 Tage und dann wird Gott eine Antwort schicken, schickt Gabriel los, der wird in den zweiten Himmel aufgehalten von einem dämonischen Fürsten von Persien. Es gibt eine riesige Schlacht, Michael kommt zur Hilfe, Gabriel schafft dies und bringt ihm die Nachricht und sagt ihm, wie es mit seinem Volk weitergeht. Also, zusammenfassend, wenn wir fasten, dann zum einen, weil wir uns demütigen, zum anderen, weil wir dadurch geistige Kraft bekommen und Autorität, zum dritten, weil wir Führung erhalten, weil Gott spricht und zwar, weil wir für Leidenschaft fasten. Wir fasten auch, damit sich Verheißungen erfüllen, über unser Leben, über unsere Familie, über unsere Gemeinde, über unsere Stadt, über unsere Nation, über die ganze Welt vielleicht auch. wir fasten, damit eine Krise abgewehrt wird und damit wir Schutz haben. Zum Beispiel gab es eine lustige Geschichte auch, ich glaube, es war Ezra, der wollte, genau, aus der bavlonischen Gefangenschaft Leute mitnehmen, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und ihm war eins klar, auf dem Weg von Babylon nach Israel, das ist total schwierig in der damaligen Zeit, unbeschadet dahin zu kommen und der König, ich glaube, es war Xerxes, sagte, am besten, ich gebe dir meine Männer mit und Ezra dachte so, boah, was ist das für ein Zeugnis für meinen Gott, wenn der König mich beschützen muss und er sagte, hey, vergiss es, lass deine Männer zu Hause, mein Gott wird mich schützen. Was tat er? Er betete und fastete für die Reise und Gott ließ ihn unbeschadet ankommen. Ja, also dieses Thema Schutz, Fasten für Schutz ist ein riesiges Ding, wenn wir in Urlaub fahren oder wenn wir Dinge, wenn wir irgendwo hin müssen, wo es nicht so toll ist. Wir dürfen für Schutz Fasten und Gott hört oder Gott möchte es erhören, ja, genau und wir Fasten, weil wir Einblicke wollen in Gottes Plänen für Gemeinde, wieder für Nation oder für Familie. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte und es gibt noch mehr. Aber ich finde, diese sechs Punkte sind eine gute Grundlage. Wenn ihr mehr wissen wollt, habe ich euch hier vorne und Bücher hingelegt, dürft ihr gerne reinschauen und dürft gerne weiter studieren in der Bibel, aber das sind für mich erstmal grundlegende Sachen und das sagt mir, Fasten ist grundlegend in der Bibel und eigentlich, das ist so ein Punkt, gibt es keinen Grund zu sagen, ich nicht, ich kann das nicht, soll doch die anderen machen und soll doch die speziellen Leute machen. Wenn ich das ernst nehme, dann ist Fasten für jeden dran und für jeden ein Teil und in einem dritten Teil ganz kurz möchte ich euch noch ein paar persönliche Erfahrungen mitgeben, die ich beim Fasten gemacht habe, um euch damit ein bisschen eine Hilfestellung zu geben. Wie gesagt, das ist jetzt keine theologische Lehre, sondern das ist eine persönliche Erfahrung. Wenn es die Frage ist, wozu Fasten, habt ihr jetzt eine Antwort. Als ich anfing zu Fasten, habe ich zuallererst meistens für Situationen gefastet. Zum Beispiel habe ich früher immer vor eigentlich jeder Predigt gefastet und da ging es so um geistliche Autorität. Später fing ich an, ja auch so für Personen, Situationen zu fasten und da ging es so wirklich darum, dass ich gesagt habe, da gibt es eine Sache und die ist mir so wichtig, deshalb faste ich. Später, ist noch gar nicht so lange, habe ich was Neues entdeckt und zwar habe ich angefangen zu fasten im Rahmen der Beziehung mit Jesus. Zum Beispiel in der Zeit mit Christiane, da habe ich gesagt, Jesus, wann soll ich fasten? An welchem Tag? Und ich habe quasi angefangen, Jesus von Tag zu Tag zu fragen, soll ich heute fasten oder nicht? Und das war ein total gutes Erlebnis, weil an manchen Stellen hat er gesagt, habe ich den Eindruck gehabt, ja, am Menschen Nein. Und dann habe ich angefangen zu fragen, von Mahlzeit zu Mahlzeit, soll ich jetzt? Und das hat Marina ein bisschen verwirrt in dieser Zeit. Aber das war total genial zu merken, dass Gott genau weiß, wie viel Power ich brauche, was als nächstes kommt, wann Gutes zu fasten und wann nicht. Und das war für mich eine ganz tolle Übung, einfach auf Gott zu hören und mich mit ihm da zu verknüpfen. Ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir total gut tut, immer wieder Gott zu fragen und damit auch auszudrücken, Herr, ich möchte deinen Willen tun und selbst wenn du mir sagst, ich soll fasten und ich es überhaupt nicht mag, will ich es machen, weil ich dich ehre und weil ich glaube, dass du einen Plan hast und weil ich mit dir zusammenarbeiten möchte. Dann sage ich vielleicht nochmal was zum Thema Essen, Trinken. Für mich heißt Fasten grundsätzlich nichts zu essen. Ich weiß, es gibt auch diese Alternativen, dass man sagt, ich verzichte nur auf so ein bisschen Schokolade oder ein bisschen Fernsehen gucken, dürft ihr von mir aus machen, aber für mich wäre das kein Preis. Für mich wäre das nicht der Preis, der mir wirklich schwer fällt und mir hilft es nichts zu essen, weil ich sage, hey, das ist ein Opfer, was mir wirklich was kostet und es ist ein Opfer, wo ich mich wirklich demütige und nicht nur am Rande mal irgendwas sein lasse. Ich habe noch niemals gefastet und habe nichts gegessen und nichts getrunken. dazu kann ich euch nichts sagen, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, es ist am Anfang sehr, sehr viel leichter, wenn man Säfte trinkt. Wenn ich faste und Säfte trinke, habe ich viel mehr Power, viel mehr Energie, kann mich länger konzentrieren und komme nicht an so einen tiefen Punkt, wie ich das mache, wenn ich nur Wasser trinke. Das heißt, eine Empfehlung für euch, wenn ihr einfach langsam einsteigen wollt, trinkt Säfte oder auch Kaffee, Milch, alles Mögliche schon getrunken. Außer mich auch eine Sache, wo ich mit Gott drüber rede. Wenn ich nur Wasser trinke, sagen ich euch auch, so ist es bei mir, sind die ersten zwei Tage total brutal, weil mein Körper wie auf einen Zug kommt und sagt, ich will Zucker und am dritten Tag wird es besser, aber die ersten beiden Tage sind wirklich hart. Für mich, dann müsst ihr durch, aber dann lohnt sich das zu sagen, ich mache mal drei Tage und am dritten Tag wird ihr merken, oh, jetzt hat es mein Körper geschafft. Und dann auch noch ein Tipp, bei, am dritten Tag, ungefähr vierten Tag, fängt es bei mir an, dass mein Körper Reaktion zeigt, weil ihm was fehlt und ich habe gemerkt, ich brauche dann Magnesium, Calcium oder Eisen oder irgendwie sowas, weil ich Schmerzen kriege, meine Muskeln und sowas und ich glaube, das ist nicht das, was Gott möchte und da achte ich drauf, dass ich dann wirklich auch eine Pause-Tablette nehme mit Magnesium oder irgendwie sowas. Ganz praktische Tipps, ich will nicht sagen, fasse direkt eine Woche oder sowas, aber fangt mal an. Was mir wichtig ist und darum gibt es die nächste Bibelstelle, für die Leute, die sagen, ich kann das nicht. Das ist eine Bibelstelle, die mir total wichtig geworden ist, 2. Korinther 9, Vers 8, da steht, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. Das heißt, Gott hat für jedes Situation in unserem Leben eine Gnade. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, dann ist meine Empfehlung, geh zu Gott und sag, Herr, ich möchte das gern, weil ich verstanden habe, was das wichtig ist. Und du siehst, dass mir das total schwer fällt, ich bitte dich, um die Gnade zu fasten. Ich glaube, dass Gott reagieren wird und ich möchte euch ermutigen. Geht diesen Schritt. Im Moment gibt es so ganz viele Videos, ganz viele Aufrufer, Johannes Hartl und so weiter, die sagen, es kommt eine Zeit in diesem Jahr, wo wir vor Europa fasten sollen. Ich finde es total klasse. In dem Volt kann ich es auch euch nochmal schicken per E-Mail. Meine Sache ist nur, kommt nicht einfach auf die Idee und sagt, ich faste 40 Tage. Ich meine, das sollte man gut prüfen und man sollte mit Gott reden. Wie soll ich anfangen? Was sind die ersten Schritte? Das ist meine Sache, die ich gut finde. Also prüft, redet mit Gott über dieses Thema, bittet ihn um Gnade und geht erste Schritte. Und noch ein Gedanke, es kann sein, ihr fastet das erste Mal und es passiert ein totaler Durchbruch. Oder es kann sein, Gott möchte, dass ihr beständig fastet und ihr seht nach einem halben Jahr erst was. Lasst euch nicht entmutigen. Aber ich weiß und ich habe gemerkt, gespürt auch in meinem Leben, das macht was. Das ist eine Kraft und eine Power, die Gott an Fasten knüpft, die nicht einfach zugänglich ist, wenn man es nicht tut. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020